Ein kluger Mann Können ätzend sein Ich hab das mal empirisch geprüft Meinte tatsächlich der Manni Im Parlament Idioten gezählt Das ist doch schon echt nicht mehr funny Dort sind ätzende Menschen gefragt Doch hab ich mich wirklich gewundert Was im Bundestag alles so tat Mich zählt fast über 600 Ein schwuler Mann Fährt rund um die Welt In seinem Guido-Mobil Money makes my world go round Monopoly, das ist mein Spiel Er schwenkt ganz tapfer Sein Fähnchen im Wind Darauf steht Jungliberal Was hat das denn mit Freiheit zu tun? Ach Guido, erklär mir das mal Und so, was sollen wir wählen Die Hände, mit denen sie winken Genau wie das Geld, das sie zählen Da hilft auch kein Waschen, die stinkt Lalalala Stasi 2.0 hat man niemal genannt Er legte ein Volk an die Leine, spätestens da hat es jeder erkannt. Ein Arschloch braucht gar keine Beine, dein tragisches Schicksal, das tut mir ja leid. Doch wenn ich dich heute so seh, dann denk ich mir, du bist doch auch nicht viel mehr als ein Arschloch auf Rädern, ob Spenden aus blutigen Händen, Sicherheit oder Finanzen. Auch ohne Gefühl in den Länden kannst du auf mehreren Hochzeiten tanzen. Und als ich ein Arschloch im Freizeit-Look, dann ist mir das eigentlich Latte. Für Arschlöcher hab ich ein Auge entwickelt, ob mit oder ohne Krawatte. Arschlöcher gibt es in Gelb, Weiß und Braun, mal mit und mal ohne Schniepe. Macht es ein wahrer Arschloch-Magnet, Obsession of Powerful People. Auf den entscheidenden Posten reichen sich ätzende Menschen die Pfoten. Und die Frauen im Parlament, ich bring's mal auf einen Nenner. Wird doch Zeit, dass man endlich erkennt, sie sind nur menstruierende Männer. La 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 La-la-la, 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 la-la-la-la Danke schön. Vielen Dank.